Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In heute im Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's! So, Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es um 10 Favorite Pieces der Woche, aber ich habe das Ganze auf College-Jacken. Und zwar, der Hype ist riesig. Alle wollen College-Jacken, jeder sucht College-Jacken, egal ob Vintage oder Neu, etc. Und ich habe das Ganze auf College-Jacken runtergedroppt. Ich habe einfach mal 10, beziehungsweise sogar 11 geworden. In jeder Preiskategorie, also von günstig bis sehr teuer. Aber ich kann euch sagen, da sind echt ein paar coole College-Jacken am Start. Und ihr müsst auf jeden Fall auch die Augen aufhalten, denn es kommt demnächst im Frühling, also jetzt die ersten Frühling-Drops, die jetzt, ich sag mal, in den nächsten paar Wochen reinkommen. Denn, ich sag mal, die nächste Frühling-Sommersachen werden jetzt bald gedroppt. Da kommen 100%ig bei diversen Anbietern, diversen Marken, coole College-Jacken raus. Und dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt auf die Sachen, die kommen. Aber ich will gar nicht lange drum herum reden, denn wir gucken uns einfach mal an, was es jetzt aktuell gibt. Wie gesagt, alle Preiskategorien sind am Start. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich muss es als Werbung kennzeichnen, aber ich verdiene daran keinen Cent. Dementsprechend ist das einfach nur eine Empfehlung. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ihr mich an der Stelle schon mal abonnieren würdet, würdet ihr mir einen Riesensupport dalassen. Das würde mich mega freuen. Und wir fangen einfach mal an. So Leute, College-Jacken Nummer 1 ist eigentlich eine ganz, ganz simple College-Jacken und die gibt es von Urban Classics. Urban Classics ist so, ich sag mal, wirklich ein sehr gutes Einsteigermodell. Und zwar aktuell runtergesetzt für 49 Euro. Und ich finde den Colorway, der hier gerade offengelegt ist, mir persönlich gefällt am besten. Ich würde jedem empfehlen, eine Size abzugehen. Also quasi, damit das so ein bisschen mehr loose fit ist. Wenn man das Ganze natürlich, ich sag mal, relativ körperbetont tragen möchte. Ähnlich wie auf dem Foto, dann einfach true to size. Dementsprechend ist es auf jeden Fall eine sehr coole Einsteiger-College-Jacke, die man aber auch normal, ich sag mal, für sich so ein bisschen variieren kann, ein bisschen verfeinern kann. Aber ich finde sie wirklich nice. Preis haut mich um. Mir gefällt diese schwarz-weiße zum Beispiel persönlich am besten. Aber auch die blaue finde ich nicht schlecht. Gut, ich weiß jetzt nicht, was die hier gestylt haben. Also welchen Stylisten, die da dran gestellt haben, das Ganze so zu kombinieren. Aber ich sag mal, so im Prinzip, wie das hier gestylt ist, kann man das schon machen. Dementsprechend, College-Jakke Nummer 1 ist von Urban Classics. Machen wir weiter mit College-Jakke Nummer 2. Und College-Jakke Nummer 2 gibt es bei Urban Outfitters. Und zwar ist das so eine Vintage-Variante. Und zwar weiß man da gar nicht genau, was man bekommt. Also es kann eine sehr, sehr geile College-Jakke da rauskommen. Man sieht das hier einfach. Die haben drei verschiedene mal aufgereiht. One-Size. Größentechnisch kann man da auch nicht viel auswählen. Also sie kann viel zu groß sein, sie kann zu klein sein. Aber trotzdem gehe ich eigentlich davon aus, wie diese ganzen Vintage-Sachen, die von Urban Outfitters kommen, dass sie sehr nice ist. Die rote zum Beispiel gefällt mir gut. Die blaue sieht auch cool aus. Die schwarze wäre in dem Fall jetzt gar nicht mein Fall. Trotzdem sehr cool. Und für 85 Euro, finde ich, kann man das eigentlich mal testen. Aber was kommt, kann ich euch leider nicht sagen. Trotzdem ist auch hier eine Empfehlung ausgesprochen. Weil es kann auch wirklich was ganz, ganz Nices kommen. Machen wir weiter mit College-Jakke Nummer 3. Und College-Jakke Nummer 3 habe ich gefunden, auch bei Zalando. Ich gucke mal diverse Shops durch. Und die ist mir aufgefallen, die ist von Staple Pigeon. Ich kenne die Marke nicht. Aber ich finde sie eigentlich ganz nice, weil sie auch so ein bisschen dieses Teddy-Muster, Teddy-Fleece-Material hat. Also jetzt noch für die kälteren Tage auch noch ein paar Monate tragbar. Ich denke mal so Richtung Frühling, Sommer kann man sie dann nicht mehr tragen. Aber dann wieder Richtung Herbst, Winter wieder, ich sag mal, ganz cool kombinieren. Aber ich finde sie nicht schlecht. Also ich finde die Combo sehr nice, weil dieses Dunkelblau mit dem Creme farbenen Ärmel etc. nicht schlecht. Für knapp 110 Euro finde ich sie auch preistechnisch noch voll im Rahmen. Ist nicht zu auffällig. Ist auf jeden Fall eine coole Variante. Und ja, da würde ich euch eigentlich auch empfehlen. True to size, beziehungsweise guckt einfach auch bei Zalando immer in die Beschreibung rein. Denn hier ist passformtechnisch immer angegeben. Zum Beispiel hier trägt das Model 1,88 Meter Größe M. Also für mich wäre wahrscheinlich Größe M leicht oversizeig. Ich wüsste nicht, ich würde mich wahrscheinlich auch für Größe M entscheiden. Aber bei mir würde sie wahrscheinlich ein bisschen größer ausfallen. Machen wir mal weiter mit College Jacke Nummer 4. Und College Jacke Nummer 4 gibt es in zwei Farbvarianten. Die habe ich jetzt bei Kicks gefunden. Einmal in so einem grau-schwarzen Colorway oder einmal in so einem blauen Colorway. Mir gefällt natürlich der blaue Colorway deutlich besser. Die ist von Maison Kitsunet. Ist eine französische Marke. Hat so dieses typische Saint Laurent Muster. Eigentlich ist das dieses typische Retro College Jacke Muster. Sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Hat auf jeden Fall was. Sehr simpel gehalten. Schönes kleines Muster. Ähm, der, das Material sieht so ein bisschen aus wie so Sweat, Sweatstoff, so Pullover Muster. Ich weiß nicht genau, wie sie sitzt, wie sie sich anfühlt am Körper, etc. Aber ich fand sie nicht schlecht. Gerade vom Muster etc. Finde ich es wirklich sehr cool, wenn solche Sachen einfach gehalten sind. Wobei, mein, bei College Jacken, und da kommen wir gleich noch hin, auf jeden Fall auch so ein bisschen bunter gehen kann. Ich habe das Ganze auch gestaffelt. Dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. Ich finde beide Varianten schlecht. Mir persönlich würde die blaue Variante deutlich besser gefallen. Aber da gehen wir schon ein bisschen in die höhere Preiskategorie. 220 Euro ist auf jeden Fall schon etwas teurer. Aber nur ein wenig. Kommen wir zur nächsten College Jacke. Und die nächste College Jacke ist eine One of One. Also die gibt es nur einmal. Und zwar ist das eine Vintage College Jacke aus den USA. Die habe ich wie üblich gefunden auf Etsy. Wie gesagt, Etsy sind sehr coole Plattformen, wenn ihr wirklich so Vintage Varianten sucht. Die kostet 160 Euro. Allerdings kommt da noch ein Versand dazu, der ca. 20 Euro ist. Aber, ja gut, da müsst ihr halt mit rechnen aus den USA. Eventuell müsst ihr auch noch Zoll bezahlen. Aber ist auf jeden Fall eine sehr coole Vintage Variante. Ich finde diesen Farbkombo extrem nice. Ist auf jeden Fall eine Farbe, die, ich sag mal, diese Saison meiner Meinung nach voll im Trend sein wird. Dieses Kaki Farben, der wird wieder voll abgeben. Also ich werde persönlich auch viel auf Kaki gehen, weil mir die Farbe sehr gut gefällt. Letzte Saison war das ja so braun, etc. R-Töne. Natürlich, R-Töne gehen immer. Aber, ja, mir gefällt dieses Grün eigentlich sehr gut. Und sie ist sehr simpel gehalten. Wird irgendwas Tennis-Technisches mal gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wofür dieses W steht. Steht natürlich auch nicht beschrieben. Aber wer so eine coole Vintage College Jacke sucht, kann das gerne mal abchecken. In der Größe L gibt es diese bei Etsy. So, kommen wir zu einer relativ simplen, clean Variante, die ich auch bei Zalando entdeckt habe. Und zwar von Nudie Jeans. Da wartet ihr vielleicht nochmal ein paar Tage auf den Sale. Beziehungsweise, da müsst ihr euch entscheiden. Es gibt sogar nur noch einen L. Ist mir jetzt beim Raussuchen nicht aufgefallen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr sowas eingebt, College Jacke von Nudie Jeans, werdet ihr die auf verschiedenen Anbietern finden. Ich habe jetzt hier den Zalando Link rausgesucht. Ich fand sie ganz cool, weil sie wirklich super simpel ist. Komplett schwarz. Ganz kleines Logo. Sehr schöner Kragen. Ich finde das extrem wichtig, wenn der Kragen wirklich diesen Schaleffekt hat. Also so ein bisschen sich um den Hals rumlegt. Es für mich wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig. Und ist auf jeden Fall eine sehr nice, schlichte College Jacke, die ihr mit Sicherheit auch noch wo anderen Stellen findet. Dementsprechend schaut das gerne ab. Schaut euch das gerne an. Von Nudie Jeans gibt es diese Variante. Dann kommen wir zu einer meiner Favorite Marken. Und das ist Gant. Und ich kann euch sagen, ich habe drei Gant College Jacken. Und alle drei Varianten sind sehr nice. Wirklich super hochwertig verarbeitet. Ich habe euch die auch schon in verschiedenen Favorite Pieces der Woche vorgestellt. Aber in dem Fall, weil sie auch nochmal reduziert ist. 50% reduziert. Könnt ihr das gerne abchecken. Deswegen gerade die Farbkombo, dieses Grau-Blau-Rot, gefällt mir extrem gut. Die gibt es gerade aktuell bei Gant. Größentechnisch ist auch noch alles am Start. Wirklich eine dicke Empfehlung. Muss ich gar nicht viel zu sagen. Ich kann ruhig nur sagen, die Gant College Jacken sind sehr hochwertig, sehr nachhaltig. Dann kommen wir zu einer, die ich bei Matches Fashion gefunden habe. Und da gehen wir schon in die höhere Preiskategorie rein. Also wirklich deutlich höher. In die mehrere hunderte Euro. Und das ist eine von Billioners Boys Club. Es gab vor Jahren mal, ich glaube letztes Jahr, muss ich sagen, diese College Jacken in einem grünen, cremefarbenen Colorway. Die gefiel mir sogar noch besser. Aber jetzt gibt es halt diese Bordeaux-Rote mit Orangen, Akzenten und auch wieder cremefarben. Ich finde sie nicht schlecht. Auch die hat einen sehr coolen Kragen. Ist allerdings auch sehr auffällig. Ich finde auch hinten die Message drauf. Also wie sie sitzt, Passform etc. Wirklich sehr, also wirklich perfekt. Ich wüsste nicht, was ich daran zu merkeln hätte. Aber zum Beispiel hinten hat sie auch sehr cooles Print drauf. Finde ich Hard Mind. Ist einfach sehr nachhaltig. Wirklich eine sehr schöne, allerdings auch auffälliges Piece. Dementsprechend, die findet ihr bei Matches Fashion. So, dann komme ich eine, die wirklich so ein bisschen mehr so einen klassischen Look von einem, für mich persönlich von einer College Jacken hat, wo ich mir denke, hey, die könnte auch krass in so einem amerikanischen College Film von diversen, ja, Mitschülern oder Studenten da, ich weiß gar nicht genau. Ich meine, das sind Studenten, äh, getragen werden. Die gibt es bei Farfetch, die ist von Golden Goose. Äh, wirklich dieses klassische Blau mit Lederärmeln etc. Wirklich, ja, einfach eine klassische. Aber hier habt ihr hinten drauf auch wirklich was auffälliges. Trotzdem fand ich sie sehr cool. Hat so wirklich diesen College Charakter. Auch hier wieder ein sehr schöner Kragen. Und, äh, Golden Goose ist auf jeden Fall eine sehr hochwertige Marke. Äh, dementsprechend könnt ihr auch wirklich von der hochwertigen Materialien ausgehen. Und eigentlich einen ganz coolen Passform. Die kriegt ihr gerade, äh, mit 45% Rabatt bei Farfetch. So, und dann kommen wir zu den zwei letzten Varianten. Die zwei letzten Varianten sind extrem teuer. Aber ich dachte, ich nehme es einfach mit rein. Weil sie, ich sag mal, ja, sehr hochwertig sind. Und der eine oder andere möchte ja, äh, dementsprechend vielleicht auch mal ein paar Euro ausgeben. Aber nicht immer nur auf diese Sonoran-Variante eingehen. Dementsprechend habe ich noch zwei andere Varianten rausgesucht. Und zwar einmal diese hier, die es bei Enclosing gibt von Root. Ich finde sie sehr cool. Ist allerdings auch mit diesen Blitzen etc. sehr auffällig. Äh, wirkt aber auf jeden Fall sehr hochwertig. Ähm, und ich finde, äh, auch hier hinten drauf, auf dieses Schwarz auf Schwarz, Root. Sehr nice gemacht. Äh, ein bisschen Dropshouldern etc. Wirklich Crop geschnitten. Sehr geile College-Jagre, muss ich sagen. Äh, wäre mir natürlich persönlich ein wenig zu teuer. Aber, äh, ja, wer sowas sucht, die gibt es bei Enclosing. Vielleicht wartet ihr da noch ein paar Tage. Da wird mit Sicherheit jetzt auch der, äh, der Sale reinschallern. Ich kann euch das nicht hundertprozentig sagen, aber es lohnt sich immer, wenn ein Artikel nicht direkt vergriffen ist, vielleicht noch ein paar Tage auf Sale zu warten. Da könnt ihr eventuell ein bisschen was sparen. 30% wird sowas immer reduziert. Aber, ja, dann müsst ihr, ich kann, ich kann euch leider nicht in die Zukunft gucken. Äh, guckt. So, dementsprechend wartet da vielleicht noch oder ihr schlagt halt zu. Das müsst ihr entscheiden. So, und dann zu guter Letzt, äh, ja, zur beliebten Louis Vuitton College-Jagre. Und die haben jetzt was sehr Nices rausgebracht. Preis ist komplett, äh, auf einem anderen Planeten. Fast 5000 Euro. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde die Idee wirklich, also, baba, einfach nur 10 von 10, finde ich persönlich. Und man kann sich im Prinzip die super krasseste, äh, ja, College-Jagre, die es meiner Meinung nach gerade auf dem Markt gibt. Nochmal super nice individualisieren. Und zwar kann man da Patches draufballern. Also, man kann in verschiedene Patches, an verschiedene Stellen Patches draufballern. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das nicht. Verschieben kann man das nicht. Also, es gibt wirklich festgelegte Punkte, aber dann verschiedenste Sachen, die man draufmachen kann. Äh, und, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist eine sehr krasse College-Jagre, hier zum Beispiel auf dem Ärmel. Dann oben links könnt ihr was, was ich. Louis Vuitton. Habt ihr auf jeden Fall, hinten drauf könnt ihr was draufmachen, wenn ihr darauf steht. Oder auch ohne. Ich wäre jetzt zum Beispiel der ohne Typ. Farbe, Innenfutterfarbe, die Größe, etc. Also, man kann die so ein bisschen für sich individualisieren, mit den Patches, die da vorgegeben sind. Ist natürlich irgendwo, alles nur im kleinen Rahmen, variabel, aber ich finde es sehr nice. Und ich finde auch die Idee sehr cool, dass die das anbieten, gerade so eine Variante zu liefern. Und ist für mich wirklich so die 10 von 10 College-Jacke. Dementsprechend checkt das gerne ab. Und, ja, das waren jetzt die College-Jaggen. So, Leute, falls euch das gefallen hat, denkt dran, mich zu abonnieren. Ich würde mich ein wenig darüber freuen. Ihr würdet mich super supporten. Und, ja, die College-Jaggen, wie gesagt, habt ihr gesehen, alle Preiskartorien sind dabei. Von 40 Euro bis hoch 5.000 Euro. Was ihr oder wofür ihr euch entscheidet oder ob ihr überhaupt sowas davon nehmt, müsst ihr entscheiden. Aber ich finde es sehr geil, weil es für jeden Preis was dabei, für jede Individualisierung, für jeden Geschmack ist was am Start. Und dementsprechend, falls für euch dann nichts dabei sei, wartet ab. Ich werde immer wieder nach College-Jaggen gucken, weil das ist für mich so aktuell so die Jacke überhaupt, die meiner Meinung nach in jeden Kleiderschrank reingehört. Jeder sollte meiner Meinung nach eine schöne College-Jacke haben. Und dementsprechend, ja, war es das an der Stelle. Wie gesagt, Abo, liken, dies, das, jenes. Ich wollte mich über jeden Support freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace, Leute. Auf jeden Fall. Ciao.